dann muss ich wohl zum trainingsplatz und dort irgendwie nochmal antreten und ich hoffe nur noch zweimal gewinnen oder dreimal ja natürlich ich drücke nur wie ein behindertal auf die kreistaste und schon ist mein komplettes oberteil durchgeschwitzt also was ich gerade sagen wollte ich habe halt wo ich die 45 mal geschafft habe ist mit der linken hand gemacht weil ich halt linkshänder bin aber dann ist jemand so schlapp geworden dass ich beim ganzen drücken auf einmal ist mir dann der arme so schlapp geworden und dann war es nix mehr dynamic anthony klar ja vielleicht sollte ich erstmal das wieder ruhige angehen oh nooo soviel dazu soviel zum ruhig angehen lassen kacke alter ich hasse es die tut immer noch die hand weh der arm alles der sack ruht auf glaube ich mache wieder mit doppelfinger da ist wohl noch ein bisschen entlastender ah ich könnte durchziehen ach drückiger geil oh nein er holt auf auf zu holen ich besiege dich ich lerne dynamic in to die mein arm meine hand alles tut weh gleich nach der aufnahme erstmal gesicht waschen und dann entspannen das ist ja schlimmer wie ist der tod alles zum geilen spontan kraft aha ich wette ich kann bald wieder skillen mein handgelenk ist komplett ausgekugelt durch diese kack drückerei ist nicht schwierig oh gott ist er still kopf Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Ah! Oh! Du bist so ein heißer Geist. Wie grimmig. Dynamic Entry erlernt. Danke. So, Lee. Ja. Wenn ich hier fertig bin, dann ist nichts mehr mit bewegen oder so. Ich glaube, das war zu wenig. Ja. Drecksack! Hundesohn! Das war zu wenig, ja. 41 ist zu wenig. Kann ich vergessen. Mann! Also ganz einfach drücken ist nicht. Man muss so richtig hämmern. Aber wie? Man muss dafür die richtige Technik haben und die richtigen Finger. Die nicht drückt ermüden. Ach. Macht so viel Spaß wie ein Bart in der Hölle. Komm schon, ich muss hämmern. Komm schon, bitte. Okay. Das war gehämmert. Aber ich habe nicht genug Kraft, um das zweimal durchzuziehen. Das ist das Problem. Ja. Ja. Nein. Ah ah. Oh! Was? Oh Gott. Jetzt ist mir wirklich schwindelig. Jetzt ist mir wirklich unscharfe Augen. Okay, aber ich habe es geschafft. Ach. Zu Null Sieg. Ja. Vorher war es aber zu Null Niederlage. Ach. Okay. Das noch mal zweimal. Oh nein. Wie viel Ryu gibt es jetzt? Ja, ja. Achttausend dafür. Fünf zu Null Sieg auch noch. Ach du kleiner Homo, Alter. Oh nein. Das muss ich noch zweimal machen. Kacke, Alter. Du Hund. Komm. Okay. Okay. Oha. Lee ist ja komplett schock auf der Brust auf einmal. Mir geht es ungefähr so wie dem Naruto gerade oben in der Ecke. Okay. Okay. Zweite Mal gewonnen. Oh. Ich spüre richtig meine Bauchmuskeln arbeiten davon. Ach du Scheiße, Alter. Komm, gib mir einfach diese Hinweisschrift. Jetzt schon. Dafür, dass ich das eine Mal in der Schularena gewonnen habe. Bitte. Ach du Hund, Alter. Sei doch mal nett zu mir. Du Sackspiel. Ich mache danach nie, nie wieder. Dieses Spiel. Nie wieder. Das sage ich euch jetzt schon mal. Und dafür nur 8.000 Ryu, Alter. Was eine Beleidigung. Dagegen ist Baumklettern, Spaziergang. Und wenn man sich da gut anstellt, bekommt man einfach fast das Vierfache. Ja, ja, ja. Ich packe das. Ich packe das. Puh. Nein, da habe ich kurz gelangsam. Nein. Oh. Okay. Okay. Wisst ihr was? Vielleicht probiere ich es nochmal mit der linken Hand. Vielleicht kriege ich das doch hin. Die letzten paar Kräfte. Obwohl, ich mache es erstmal mit der rechten. Ausruhen die Hand. Komm schon. Nein, meine Hand wird schlafen. Hat's gereicht? Ja, ich habe es geschafft. Okay. Ich mache das nie wieder. Ich habe vorher nicht gelogen. Ich schwitze wie sonst was. Ich bin komplett verschwitzt. Mir ist schwindelig wie sonst was. Weil ich mich da so anstrengen muss. Weil ich da scheiße. Ja. Hinweisschrift 2 mehr wollte ich nicht sehen. Ich bin komplett fertig mit den Nerven. So. Dann mache ich das durch. Ja, ja. 8000 Rio. Als Schutzgeld erhalten. Okay. Hallo, TenTen. Mein Babyboy. Babygirl. Fuck. Ich bin komplett durcheinander. Ich bin komplett fertig. Och, woher ist ja? Ich habe einen Dämonen. Nein, da. Ich hatte einen rechtenen Wunder. Ich bin ein rechten, aber... Ich habe noch drei. Ich bin in deinem Rechten. Ich habe mich auf-dämonen. Ich bin eincientist. Aber ich bin das einfach nicht. Ich habe mich so zu suchen. Klar. Okay. Tradings Kuh neu erhalten. Alter, das war grad zu schlimm für mich. Und wo ist der andere? Hier ist nix. Nein. Ach. Ich bin Meiji-Sang. Und dann... Ich hab das nicht. Das war's. Okay. Mach du das. Ja, ja, ja. Mach du das. Mach du das, Hinata. Ich muss das Trainings Kuhnice finden. Die hier definitiv nicht sind. Warum nicht? Sind nur zwei. Warte, ich schick erstmal Hinata weg. Vielleicht blockiert sie ja irgendeinen. Boah. Ich hab echt so richtiges Flimmern vor den Augen vor Anstrengung. Wir glauben mir das vielleicht nicht, dass das so Hardcore ist. Aber es ist wirklich. Wo? Wo soll denn der letzte Trainings Kunai sein? Sind nur zwei. Hä? Unmöglich. Ten-ten? Ich auch nicht. Ich hab zwei, aber nicht drei. Du verheimnisst mir noch was. Ah, da ganz hinten im Eck. Natürlich. 120! Hör, ich hab zwei. Ich hab zwei. Wie war's? Ich weiß nicht. Hm. Es ist gut. Ich habe mir gefangen. Ich hatte die Gewalt schon mal gemacht. Wie? Wir beginnen? Ja. Untertitelung. BR 2018